Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch zeigen, was der erste Teaser ist, den Fortnite eben gerade getweetet hat und der auch als Ingame-Nachricht hier gekommen ist. Und zwar erstmal der Text dazu steht, Schatz in Sicht, Reichtümer die Munden, doch was geht verloren, wird wiedergefunden. Noch vier Tage bis Season 8. Auf dem Bild kann man auf jeden Fall erkennen, dass hier ein Enterhaken ist. Ich denke, man sollte wieder so sehen können. Was der Rest hier sein soll, weiß man ehrlich gesagt nicht. Und hier an der Seite sieht das irgendwie so ein bisschen fast wie eine Karte aus. Und hier so eine Klippe an der Seite. Kann es relativ schwierig erkennen, aber da ist hier so ein kleiner Stiel. Hier ist noch so eine Kontur, da unten eine. Und hier ist dann auch noch so ein Rand. Das könnte irgendwie so eine Karte im Prinzip sein, dass hier eine Klippe, da unten ein kleiner Strand. Und auch mit dem Text, Schatz in Sicht, Reichtümer die Munden, passt das sehr dazu, dass es um ein Piraten-Thema geht. Also Piraten-Meeres-Thema. Weil ja auch Schätze viel mit Piraten zu tun haben. Und dann hier auch mit dem Text, doch was geht verloren, wird wiedergefunden. Kann darauf hindeuten, dass eine alte Stadt irgendwie wiederkommt. Weil sie ja eine alte Stadt verloren gegangen ist. Und dass sie dann wiedergefunden wird. Davon gehe ich ehrlich gesagt bei Greasy Grove aus. Weil das ja unter Wasser ist, ging es verloren. Und wenn es dann schmilzt, dann wird es ja wiedergefunden. Deshalb ist das meine größte Vermutung. Und das Unterwasser-Thema wird auch von dem Blogpost hier auf Reddit von Fortnite. Just One Word for Season 8, also ein Wort für Season 8. Bananas passt ja auch zu Piraten. Deshalb ist hiermit eigentlich schon das Grundthema bekannt. Und zwar Piraten und Strand unter Wasser. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Informationsvideo über den Trailer gefallen. Lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr den Stream morgen um 16 Uhr nicht verpasst. Wenn es dann den zweiten Teaser gibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.